Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, zusammen mit Hans Koko, wir spielen mal wieder The Forest, und jetzt gehen wir in die Höhle, wir sind schon in der Höhle, oh Gott, ey da ist einer, ich sehe es, warte, der will Schläge haben, scheiße, wir sind wehrlos im Wasser, oh Gott, Alter, was ist, Alter, was ist mit dem los, Andermittles Powermaschinen, alter, okay, jetzt wissen die aber, wo wir sind, willst du vorgehen, da ist er, ich bin hier oben, komm auch hier hoch, jo, oh Gott, Alter, Nein, das sind mehrere, ich hab dich ausvergehen, nein, ich hab keinen Schaden bekommen, obwohl mein Rüstung ist kaputt gegangen, Halsschatten, Hast du deinen? Ja. Okay. Wollen wir die Arme und Beine mitnehmen? Nee. Okay. Oder willst du das unbedingt? Also wir brauchen schon was zu essen, ne? Zuhause ist wahrscheinlich jetzt alles vergammelt gleich, aber naja, haben wir ja, wir haben ja unsere Kaninchen. Ja, und ich schuldet jemanden hier. Ja klar, das ne, oh nein. Mehr als einer. Scheiße, ist meine Rüstung auch weg? Nein, nein, Kliege! Scheiße! Du musst mir aufhelfen, bevor du selbst stirbst. Ich bin tot. Du musst mir aufhelfen, bevor du stirbst. Kiano, helf mir. Bitte. Ja. Alter, ich hab aus Versehen, immer die Leiche in die Hand genommen und er hat mich einfach nicht angegriffen. Ich glaub, das tut ich schon, Ehrenmann. Aber trotzdem muss ich dich töten, tut mir leid. Oh, stimmt, mein Feuerzeug kann ich auswirken. Stirb! Danke. Die haben halt nicht mal ein Geschlecht, die haben nur einen Arsch. Ich schade. Ich hab nichts gesagt, es war ein Cut. Ey, ich weiß was. Doch nicht. Oh, schade. Ich hätt gern ein Bild gehabt, obwohl die alle irgendwie ein bisschen, naja, nicht so hübsch sind. Sag ich jetzt mal. Oh, hier, ich glaub, hier drin gibt's auch so einen richtig großen. Glaub ich. Das ist wirklich eine OP-Höhle. Aber ich glaub, ich glaub, man bekomm ich hier die Hacke. Halsche Hacke. Zum Klettern. Kletter, ja. Ja, und da kommt ja ohne die Hacke nicht mehr raus. Oh nein. Ja, doch, das ist die mit der Hacke, glaub ich. Aber wir müssen hier jetzt nochmal runterbleiben und da unten werden wir direkt... Na, da ist die Hacke. Ja. Okay, ich bin auch da. Oh nein, Baby. Was kann ich? Wenn du dich einmal treffen, dann treffen die dich richtig hart. Ich bringe dich an und wenn die treffen, dann machen die dir so viel Schaden, wenn du wenig Leben hast. Oh nein, ich treffe die ganze Zeit nicht. Ich hab dir geholfen. Nee, wir sind tot, oder? Oh nein, hier irgendwo sind noch Babys. Oh, da ist ein Baby. Oh nein. Aua, scheiße, ich bin tot. Wegen einem Baby. Baby hat mich so bekommen. Ich bin tot. Nein. Nee, du warst auch tot. Du bist auch tot? Ja. Nein, dann müssen wir nochmal in die Höhle. Gut, ähm, dann beide... Du kannst Rüstung aus Echsenhaut herstellen. Hm, das weiß ich. Hatte ich auch. Das ist das Erme, das machen wir jetzt. Dahin rennen wieder. Wo bist du? Und das dauert auch übelst lange. Ach, komm einfach. Wir können da einfach wieder hin. Wir eine andere Chance haben wir. Ja, ich weiß. Ich hab die auch schon. Gibt's da was zu essen? Warte kurz, warte kurz hier. Ich brauch hier was zu essen. Oh, Medizin. Medizin. Endlich wieder Medizin. Hast du das aufgesammelt alles? Nee. Alter, zum Tier jetzt im Flugzeug zu gehen, ist das wirklich okay. Alter, hier gibt's Medizin. Okay, ich komme. Boah, endlich mal schön viel Leben und viel Ausdauer mal wieder. Also habe ich auch so viel Leben. Die regenerieren halt, weil du gerade Essen und Trinken viel hast. Dann regenerieren die Extrems. Nicht? Nein. Okay, also meine sind gerade extrem schnell, dann regenerieren. Hier ist so ein großer Götterbaum. Götterspeise. Ah, die Stelle kenne ich hier, wollte ich am Anfang eigentlich hin, aber naja. So. Wir haben da unten unsere Leichen. Die Klippe könnte die Fähne. Ich weiß, warum wir eine Axt haben. Ja, weil am Flugzeug kann man die wieder sammeln. Nein, ich hab nur, wir haben eine Axt, weil wir in der Höhle gestorben sind, weil es da Monster-Response sind. Damit wir die töten können. Guck mal, wie lang die Höhle war. Hm? Guck mal, wie lang die Höhle war. Und wie lang wir in der Höhle waren. Ja. Warum wohl? Ja, keine Ahnung. Und so viel Essen verschwendet, aber egal. Ja. Es war keine Ausdauer gerade. Du auch. Versuch's auch mit so einem Millimeter ausdauer zu, zu kommen. Mium. Das Ausdauer einfach ignorieren. Nee. Da hinten rennt einer am Land. Wir machen jetzt noch nach Dosen. Darüber müssen wir noch, ja. Ja, siehst du den da rennen? Ja. Lass mal wegboxen. Nein, lass ihn einfach wegrennen. Wir haben nur eine scheiß Flugzeug-Axt. Ja, egal. Die macht, die kann gar nicht, die Flugzeug-Axt. Auch wenn die stabil ist und, äh, nicht stabil ist. Mard, ich muss mich waschen. Obwohl, da drin ist doch Wasser. Ja, stimmt. Hinner. Keine Ahnung, was wir machen. Zelte. Wo sind die geilen Zelte? Da hinten rennt auch irgendwas im Kreis. War das ein Monster? Monster, Monster. Ja, die Zelte. Hier mehr, äh, hier unten eigentlich. Aber das war die Insel hier. Nee, ist das hier überhaupt eine Insel? Keine Ahnung. Nee. Sieht nicht nach einer Insel aus. Also ist das überhaupt das, wo wir waren? Ja, eigentlich schon. Oder ist das nicht da drüben? Ich glaube, es ist ja eigentlich nicht. Da ist ein Wildschwein. Ach, nee, Hans Koke, wir müssen da rüber. Ja, wenn sonst wissen wir jetzt, wo die Wildschweine sind. Also wo sie jetzt gerade sind. Ja, und wo man die findet. Könnte. Wenn ich nicht finden könnte. Muss hier drüben eigentlich sein. Äh, sind wir schon mal beide gleichzeitig gestorben? Ich glaube, selten. Äh, nicht so oft auf jeden Fall. Aber schon oft irgendwie. Also ist nicht das erste Mal, sagen wir so. Mhm. Also die Ausdauer zu verbrauchen, verbraucht so viel Hunger. Mhm. Aber ich will auch irgendwie rennen, ne? Da sind die Zelte. Und da ist der Steinkübel, wo wir runtergegangen sind. So, es wird auch gerade dunkel. Alter, ist das eine Aktion hier. Kaum machen wir was Vernünftiges funktioniert nicht. So ist das hier immer. Ja, weil wir krass sind. Ähm, am besten slide du runter. Das verbraucht am wenigsten Ausdauer. Ja. Wie geht das denn? Ich wusste gar nicht, wie ist das in einen Spaß? Mach ich doch. Oh Gott, wehe, wenn die... Oh, scheiße, wir müssen hier wieder runter. Oder doch nicht. Achtung, wir müssen hier wieder runter. Puh, pass auf. Oh, ich hab gar kein Feuerzeug an. Also dieser... Aber das ist voll cool, dass es so eine Möglichkeit gibt ohne... Oh Gott! Ich hab mich erschrocken, weil ich gegen die Lampe gesprungen bin. Ich habe mich erschrocken, aber ich weiß nicht, warum. Ich habe mich erschrocken, aber ich weiß nicht, warum. Ich habe mich erschrocken, was war das für eine Sprache? Äh, ausgedachtes Englisch. Man sieht einfach nicht, obwohl man... Was hat das auch gleich kommen? Welche da unten? Ja, da unten. Oh, stimmt, wir haben ja nicht mal Waffen, ne? Doch, jetzt haben wir auch zwei Äxten. Ja, da unten. Oh, da sind auch wieder Babys. Oh Gott. Wer geht zuerst? Ich würde sagen, du gehst zuerst. Ne, du. Ich habe Angst, du musst gehen. Oh, ähm. Oh, nicht du. Nimm deine Sachen schnell. Und dann rutsch du nicht mehr aus. Komm mal, hier Kettensäge. Ich habe ein Blatt gefunden, wo man Kettensägen finden kann. Stand da. Hä, wo? Ach, da unten? Ja. Ah, Kettensäge zu verkaufen. Ich glaube, hier gibt es eine. Ja, ich glaube, das müsste die Hülle sein, oder? Ne, das müsste die Hülle wie die Kletterexte sein. Hier gibt es ja Kletterexte. Ja, müsste es die Kletteraxt geben, weil wir kommen sonst raus. Ja, wir haben doch die Kletteraxt schon. Hä, haben wir? Ja, die Kletteraxt? Ja. Hä, nein, ich habe die nicht. Wo ist die? Wo war die an der Wand? Hier. Hier liegt noch eine. Ach, da. Okay. So, mal hier hochgehen oder hier langgehen. Ich weiß es nicht. Lass erst mal hier hoch, weil da geht es ja weiter. Ich denke mal. Komm. Kommst du, hallo? Boah, geht es so tief. Hier geht es doch noch weiter. Hä? Als ob? Ja. Hä, war ich blind? Ja, okay. Tatsächlich. Ja, okay. Aber blind sein ist in Höhlen gar nicht so schwer. Ich habe gar nichts zu essen. Ah, doch. Ja, ich auch nicht. Glaube ich. Also nichts zu draten. Warum ist man verhungern? Ich habe hier noch was gefunden. Ein Bild, da ist ein X drauf. Ich glaube, da ist ein Schatz oder so. Die heilige Maria? Ach ja, ja, stimmt. Ja, es gibt Schatzkarten. Stimmt. Es war die alte Peton-Munition gesammelt. Ich will die Bibel haben. Die kann man nicht haben. Ich würde die auch gerne haben. Sollen wir da hochgehen? Müssen wir ja. Ich bin schneller. Vielleicht gibt es ja doch die Kettensäge. Aber guck mal, wie groß die Höhle ist. Ja, aber ich glaube, es gibt nur eine Sache pro Höhle, Alter. Aber es wäre doch geil, wenn es hier doch noch die Kettensäge gäbe. Ja, aber Ende. Hier ist was zu sprengen. Du kannst das sprengen. Nein, hier ist kein Spreng-Symbol dran. Achso. Also ich weiß nur. Das ist aber auch was. Meinst du? Ja, ich habe nichts am Sprengen. Aber sonst könnte man da nicht hier hoch. Ich habe ein Dynamit. Du hast ein Dynamit? Sollen wir ausprobieren? Ja, hoffentlich sind dann die Dings direkt. Mit weg. Aber werfst du sie wirklich weit rein, da? Okay. Alter, wenn das nicht geht. Doch, es geht. Ja, es geht. Hä? Komm. Hä? Bei mir schweben hier noch Steine. Hier ist einer gestorben von sogar. Ich höre Babys. Viele Babys. Geh vor. Warum soll ich vorgehen, Alter? Vielleicht, damit ich besser kämpfen kann. Da sind welche. Boah, Alter. 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 Alter, mach nicht viel Schaden. Ich bin fast tot. Oh Gott, ich bin tot. Ich bin tot. Bist du tot oder sagst du das nicht? Du bist gerade über mich drüber gelaufen, also. Und daher. Scheiße, ich bin mir nicht sicher, ob hier noch ein Baby ist. Hey, Baby? Ja. Ja, ich habe es direkt wieder abbekommen und habe einfach jetzt gar kein Leben. Ich habe es umgebracht. Babymörder. Du oder ich? Hier ist ein Zelt. Warte kurz. Hä? Als ob man die Tohlen hier auch bekommt. Habe ich schon ausprobiert. Gibt es hier irgendwas? Ja, Sücher. Ja, Alkohol. Hier ist noch was. Nimm Alkohol mit. Hier ist noch ein Zettel. Ja. Hier missing vermisste Kinder. Silving Steel Missing. Was? Steel Missing? Ja, Steel Missing. Oh, hier. Hier ist eine Kiste. Ich kann mal es öffnen. Oh, trinken. Hier ist gar nichts drin. Nee, da wo nichts draufsteht, da ist auch nichts drin. Guck mal, da geht es voll weit lang. Sollen wir da lang gehen? Alter. Ich weiß nicht, wo wir eher lang gehen sollten. Was hier dann? Da kamen wir her. Nein. Nicht? Wir kamen von da hinten. Oh Gott, hier ist noch einer. Echt? Ja. Neben dir, neben dir. Hinter dir. Er sagt mir, ist egal, er stirbt fast. Ich lasse dich vor. Oh Gott, einfach weg, glaube ich. Soweit das Beste, soweit ich weiß. Oh Gott. Ist nichts drin, ne? Er kommt jetzt so von hinten und bringt uns um. Hier waren die Losers in der Höhle, glaube ich. Oder ich schon mal. Du auch? Kann sein, dass ich hier schon mal war. Ich erinnere mich hier dran irgendwie. Diese Platten liegen ständig irgendwo rum. Alter, wie groß ist die Höhle? Ich bin weg. Ich hab mich verschwinden lassen. Ich bin ein Magier. Loading. Ich komm, ich komm. Ich glaube, wir sind draußen, weil hier ist Loading gewesen. Wird geladen. Ja, hier geht's raus. Hey, ja. Stopp. Stopp. Da geht doch noch viel weiter. Egal. Nein. Hallo. Ich geh jetzt raus. Weißt du, wie viel da noch wollen könntest du? Nein, hier geht's weiter. Hier ist Höhle. Ich glaube, hier ist was ganz Großes. Glaubst du? Ich hab keine Ausdauer und keine Leben. Wirst du das nicht? Nein. Ich höre nur den Schrei, dass meine Rüstung kaputt ist. Ich kaufe mir auch eine neue Rüstung. Ja, du kannst hier zumindest eine machen. Ich kann mir keine machen. Außer eine Billigrüstung, Alter. Oh nein. Hier kommt ein großer. Ich weiß. Deshalb sollst du dir auch vorgehen. Vergiss es. Nimm die Axt, damit kannst du doch blocken. Dann gehst du an den Run, blockst die ganze Zeit und du schlagst von hinten. Aber ich hab nicht so viel Ausdauer. Da hinten ist einer. Da hinten ist einer. Ja, ich weiß. Hier vor. Ja, ich bin schon hier. Ich hab auch kaum Leben. Es ist ein Tag Schatten und du schweigst. Hä? Was, Alter? Ich will einfach stehen. Oh Gott, es ist hier jetzt noch einer. Ich habe, glaube ich, noch... Sollen wir angreifen? Hey, ja. Klar, easy. Dann kommen wir nur durch Strauß. Ja, das tue ich aber nicht. Da ist er, ich sehe ihn. Ach, da oben. Der Fetty. Dem wird du angreifen. Willst du? Dann komm, springen vor. Du springst vor. Hey, Digga. Ich schiebe auf den einfach mit dem Bogen. Okay, mach. Muss ich ihn erst ausrüsten. Er läuft weg. Ja, super. Ich habe keine Pfeile mehr. Scheiße. Dann nachkampf jetzt. Du gehst vor. Ich sehe, das ist nichts mehr. Warte kurz, warte, nicht nachkampf. Nimm auch... Nimm auch ein Ding. Molotow. Nimm Licht. Molotow. Nimm Molotow. Ja, ich stelle dich auf ihn ein. Ich habe keinen Molotow. Er kommt, er kommt, er kommt. Werf, du werf. Halt's drauf. Du bist so schlecht, ey. Alter. Aua, aua, aua. Ich liege. Muss mich aufheben. Wille? Ja, warte. Alter, da ist das hier. Aktion. Help me. Ja. I don't will death. I don't will die. Ich weiß nicht. Ich muss ihn doch mal töten. Digga, sammle mich doch kurz aus, bevor du stirbst. Ich bin tot. Dein Scheißern? Ja, weiß, wie krank der war. Geh doch zu mir hin und drück ich... Das Gegend ist, der stand direkt neben dir. Ja, eben aber nicht. Doch. Wie finden wir das hier wieder? Schaffen wir es schon. Es ist nachts. Philipp, wo bist du? Ey, Mann, ich hab den so runtergebauen. Er war komplett... Er war ein Niemand. Nein, hier sind welche. Kriegt man hier keine Axt? Als ob man hier... Jetzt ist es noch nicht, äh, wieder respawnt, das Flugzeug. Hier hinter dir wäre noch was gewesen, ne? Ja. Ah, scheiße. Es ist hier einfach nicht, äh, respawnt. Dann brauchen wir irgendeine Waffe. Hier gibt's Pilze. Die waren sogar gut. Komm, es wird hell. Gut. Wir haben einfach nichts. Was? Ach, wieso? Wieso? Ich sag, nee, wir brauchen das Katana. Rechts oder links? Ich glaub, links, ne? Ich würd... Einfach weg von dem Monster gehen. Ja, aber welche Insel war das? Links oder rechts? Ich glaub, hier links, die. Äh, nee, rechts. Doch, links. Links, aber rechts ist das Dorf. Wir waren noch weiter da hinten. Ich glaub schon, dass das die hier ist, oder? Kann auch sein. Ja, doch, das ist die. Mein ich. Das Monster kämpft gegen Reh. Das ist ein nettes, netter, äh, nettes Andenken. Ich hab einen Stein, womit ich den Monster in die Fresse schlauen kann. Ein Stein? Oh, geil. Ich nehm ja auch einen. Ja. Ich hab ne Waffe. Ein Reh. Warte, hier in dem Stock und dann haben wir zumindest eine bessere Waffe. Was denn? Ein Stock. Wir brauchen aber eine Pflanze, wo wir Stöcke rausbekommen. Bekommt man hier auf die Stöcke raus? Nee. Guck mal, ich hab das sogar recht. Das wundert mich auch noch. Alter, wie weit wir jetzt laufen müssen in der Höhle. Ich hab einen Stock zur Waffe. Ich wollte einfach nur raus... Das danach aber instant rausgehen, oder? Ja. Ja. Würde ich auch vorschlagen. Mal gucken, wo wir da den Ausgang finden. Ja. Ich geh einfach sonst zurück. Ich geh zurück dann in den Stock, okay? Ja, ich auch. In der Höhle ist es nicht so einfach, gegen jemanden da zu kämpfen. Vor allem mit nem Speer, Alter. Ich weiß nicht, wie können wir so Muscles haben, dass wir uns trauen, gegen den im Speer zu kämpfen? Einfach so. Ohne alles. Naja, war doch eine gute Idee. Ja. War voll lau. Ja, aber er hat mich besser nicht mal auf die Idee gekommen, um deinen Teamkameraden zu helfen. Ja, aber weil es nicht ging, weil er auf dir draufstand und mich sonst totgeboxt hätte. Hä? Du musst noch auf mich warten, Alter. Sonst werde ich hier gleich angegriffen. Wir sind keine mehr. Doch. Wir sind ja eben vor ein paar Leuten abgehauen einfach. So, wir sind jetzt hier hochgeklettert, da vorne. Oh Gott. Nein. Oh. Boah, Alter. Wir können dann wann anders hier hoch, da rechts gehen, okay? Oder willst du das doch noch jetzt machen? Ich weiß es nicht, wir könnten es halt machen, ne? Ich meine, uns geht es ja eigentlich gut. Weißt du? Wir hätten ja alles, um das zu machen, weißt du? Und notfalls, umso länger wir hier beschäftigt sind, umso länger wird die Folge. Und das freut die Zuschauer doch, dass sie nicht nur eine Zehn-Minuten-Folge haben. Nee, ich glaube, umso länger die Folge, umso weniger Bock haben die auf uns. Meinst du? Keine Ahnung. Ich meine, bei einer Stunde verstehe ich das, aber bei 20 Minuten ist das doch eine normale Zeit, oder? Oh, hier, warte, oh, trinken, trinken, trinken. Sollen wir den jetzt mit dem Stock schlagen, oder sollen wir erst unseren Loot holen? Ja, was den Loot holen? Okay. Hochladen nicht möglich. Also ist hochgeladen. Äh, hallo, hier durch. Ach, da. Du hattest schon richtig, oh nein. Jetzt sind wir da noch hoch und dann sind wir schon da. Ja, ich will aber nicht Papier. Fisch. Vor allem, ich bin früher oben, ne? Mann. Und das ist ganz früher oben. Ja, ich weiß, weil ich ja gerade stehen geblieben bin. Lass uns dann jetzt zusammen boxen. Ja, erstmal Loot holen, ne? Ja, ich meine ja mit unserem Loot. Wo ist der? Steht der da? Ich seh's grad nicht. Er ist nicht da, okay. Das ist am besten, wenn er weg ist. Lass es hier trotzdem lang gehen. Okay. Kann ja sein, dass wir so kurz gerade vor dem Augesgang sind. Also es geht ja hoch. Ist ja eigentlich positiv. In zwei von drei Fällen ist es hoch positiv. Wir werden jetzt bestimmt gleich so überrannt. Oh Gott, ich weiß, ich wusste es. Hast du deinen unter Kontrolle? Ja, ich hab meinen Tod sogar. Ja, meiner jetzt auch. Da. Wo? Martin, lass dir mal gucken. Hier ist ein Zelt noch. Ich will einmal hier gucken. Jo. Weil hier ist auch etwas Besonderes. Kann man da wieder sprengen? Nee, oder? Benzin. Oh, hab ich schon genug von. Weile, Weile, nimm die Seile mit. Oh, kann ich nicht mehr tragen, Seile. Benzin kann ich nicht mehr tragen. Ich auch nicht. Okay, dann komm, let's jetzt. Ich glaub, hier ist ein Ausgang auch. Wo war das Seil jetzt? Der da vorne. Hier. Ach, da. Wir haben einfach keinen Platz mehr für irgendwas, was wir hier finden können. So dramatisch, dass man keine Kisten bauen kann. Alter, unser Ausdauer ist einfach im selben Moment leer geworden. Ich muss raus hier aus dem Dreck. Ich find das cool, dass man nur Ego-Perspektive spielen kann, aber irgendwie find ich auch so im Teil ätzend. Was? Dass man nur in Ego-Perspektive spielen kann. Das ist gut. Ja, aber teilweise ist es auch ein bisschen ätzend. Nee. Wennstens haben wir jetzt dieses Ding zum Klettern. Ja. Vor allem damit können wir uns ja auch Felsen und Klippen hochklettern, ne? Es ist hell sogar. Oh geil, das ist das beste Geschenk der Welt. Ey, nein. Nee, oder? Nö, bin weg. Das hast du gesehen. Was denn? Weißt du, warum ich gesagt hab, nee, oder? Weil wir am Flugdruck sind. Weil wir hätten einfach nur umdrehen müssen und hier reingehen. Ja, Alter. Ach du. Aber okay, davon kann man nichts wissen. Das kann man wirklich nicht wissen. Okay, Leute. Das war's von der Folge The Forest. Wir haben's doch noch überlebt. Bis zum nächsten Mal. Rehen gehauen. Schaut bei Mr. Trade vorbei. Jujo. Wir sind immer noch bei der zweiten Aufnahmestation. Und auch. Ciao, ciao.